Gegen 15 Uhr haben uns Zeugen hier in der Weinheimer Straße informiert und haben von einer Streitigkeit in einer dortigen Familie berichtet. Da soll es zu Streitigkeiten im familiären Umfeld gekommen sein. Wir haben deshalb hier einen größeren Polizeieinsatz ins Leben gerufen, in dessen Zuge ein 46 Jahre alter Mann dann vorläufig bzw. widerstandslos festgenommen werden konnte. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind bei dem Einsatz keine Person zu Schaden gekommen, sie sind verletzt worden. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet und die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls, die dauern jetzt an. Unser SEK war hier auch im Einsatz. Meine Kollegen konnten dann bei einer späteren Durchsuchung unter anderem eine Armbrust in den Räumlichkeiten sicherstellen und die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dieses Vorfalls, die sind jetzt Gegenstand meiner Kollegen der Kriminalpolizei.